Liebe fünfte Klasse, heute stelle ich dir eine Frage, wie läuft dein Tag ab? What do you do in your day? Here are some verbs we need to write this paragraph. Zum Beispiel Frühstücken Essen zum Mittag Essen zu Abend Duschen Schlafen Schlafen gehen Oder gehen ins Bett Jeden Tag Danach Wir haben auch Morgen Vormittag Nachmittag Afternoon Abend Evening Und wir benutzen die Präposition am Mitte, Morgen Vormittag, Nachmittag, Abend So if you want to say in the morning, in the morning, say am Morgen And if you want to say in the midday, say am Vormittag And if you want to say in the afternoon, say am Nachmittag And if you want to say in the evening, say am Abend Zum Beispiel am Morgen, am Morgen gehe ich zur Schule, am Vormittag frühstücke ich, am Nachmittag gehe ich zurück, am Abend esse ich zu Abend Und Nacht Und Nacht Nacht means night But if you want to say at night, use the preposition in der In der Nacht means at night Und jetzt können wir auf die Frage antworten Wie läuft dein Tag ab? Und hier are some sentences you need to write a paragraph about your day Zum Beispiel Zum Beispiel Jeden Tag stehe ich um 7 Uhr auf Danach dusche ich Um 8 Uhr gehe ich zur Schule Um 11 Uhr frühstücke ich Ich komme um 3 Uhr nach Hause zurück Um 5 Uhr esse ich zum Mittag Am Abend mache ich meine Hausaufgaben Danach sehe ich fern und esse zu Abend In der Nacht gehe ich schlafen And don't forget that you have to write the verb in Position 2 in the sentence Und dann schlafen Sie das in der Nacht Und dann schlafen Sie das in der Nacht Und dann schlafen Sie das in der Nacht Und dann schlafen Sie das in der Nacht